Powerstart für Verkäufer 2019 Teil 3 Wenn du richtig, richtig gute Verkaufsgespräche führst, dann weißt du, das Ganze lebt von der Interaktion. Der eine redet mit dem anderen, um dann wieder mit dem anderen zu reden, du weißt, was ich meine. Und genau darum ist es wichtig, immer wieder den Kunden zu aktivieren, dir ein Feedback zu geben oder die richtigen Antworten zu liefern. Und genau dafür brauchst du nur diese leichte Formel, denn das ist die Formel für die Aktivierungsenergie. Und wie du die im Detail berechnest, um dann mit der richtigen logarithmischen Funktion das Ganze... Nee, komm, wir machen es einfach. Wir sind Verkäufer, wir sind Maulwerker. Ich erzähle dir nach dem Intro, wie du deinen Kunden immer wieder aktivierst. Los geht's! Als erstes nehmen wir einen roten Stift und streichen das Ganze einmal durch. Denn wir sind hier nicht im Chemie- oder Mathekanal, sondern wir sind im Verkaufskanal und zwar im Besten, den es hier gibt. Und der ist dafür da, dir das richtige Rüstzeug zu geben, um deine Kunden zu begeistern. Und wenn du Verkaufsgespräche führst, dann weißt du, du solltest einen echten Nutzen präsentieren. Du solltest mit Merkmalen begründen, damit das da oben im Gehirn funktioniert. Wenn du richtig, richtig gut bist, nutzt du das Prinzip der sozialen Bewährtheit, holst dir einen sozialen Verstärker dazu. Denn immer nur die anderen, die extern sagen, dass deine Produkte und Dienstleistungen gut sind, nie du selbst. Nur, weißt du, was das Problem ist? Ganz, ganz oft ist hier Schluss. Es entsteht eine Stille im Raum, keiner weiß, wer muss jetzt weitersprechen, wer ist am Zug. Und irgendwie kommt dann nach 10, 15 Sekunden vom Kunden dieses, lassen Sie mir meine Karte da, lassen Sie mir mal die Unterlagen da, schicken Sie mir mal das Angebot per E-Mail, ich überlege mir das nochmal, ich schlafe nochmal drei Nächte drüber, ich muss nochmal mit Schatzi reden und den Hamster fragen. Das Ding ist durch, du hast jetzt die Chance verpasst, das Ganze zu aktivieren und zum Abschluss zu führen. Und damit du das im Jahr 2019 noch besser machst als im letzten Jahr, bitte ich dich, nein, ich fordere dich auf, immer wieder den Kunden zu aktivieren, dir ein Feedback zu geben. Indem du offen gestellte Aktivierungsfragen in dein Verkaufsgespräch mit einbindest. Diese Aktivierungsfragen, die merken wir uns relativ leicht anhand unserer Sinnesorgane. Die Augen stehen für, wie sehen Sie das, lieber Kunde. Die Ohren sind für, wie klingt das für Sie, wie hört sich das für Sie an. Das Haptische ist, was halten Sie davon, was meinen Sie dazu, was sagen Sie dazu, was sind Ihre Gedanken dazu, wie interessant ist das Ganze für Sie, wie schmeckt das für Sie und so weiter und so fort. All das sind offengestellte Fragen, die den Kunden dazu bringen, eine Meinung abzugeben und dir helfen, da anzuknüpfen und mit positiven oder negativen Feedback dementsprechend weiterzumachen. Denn entweder bist du danach in Richtung Abschluss unterwegs oder du hast Einwände, die aktuell noch dagegen sprechen. Einwände sind aber wiederum Chancen nachzuliefern, um dann wiederum durch eine erneute Aktivierungsfrage in den positiven Bereich zu kommen. So einfach funktioniert ein Verkaufsgespräch. Deshalb, schau dir nochmal das Video an im Channel Aktivierungsfragen und nimm diesen kurzen Impuls dazu, deinen Kunden immer wieder zu aktivieren, dir ein Feedback zu geben, mit dem du weiterarbeiten kannst. Denn die guten, die besten Verkäufer, die ich kenne, die reden weniger als der Kunde. In diesem Sinne, mach es genauso, sei erfolgreich, schreib in die Kommentare und abonnier auf jeden Fall den Kanal, dann bist du immer up to date. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.